Hallo zusammen, ich bin Deja und ich begrüsse euch ganz herzlich beim neuen Anwachs im Video für Fallout Anthologie, das ist die andere Edition und ich lasse euch jetzt gleich mal auspacken von euch. Hier haben wir einen Karton in einem Karton und so auch immer. Bitte nimm sich das biodeid. Nur ein paar Teile. Wenn du zwei, bitte? Eing. Du hast du eine sehr, sehr glücklich. Du kannst nur ein paar Teile. Ich hab dich ... Dann noch ein paar Karten. Das ist die Menge. Hier haben wir die Bombe, sie ist nicht aus Metall. Sieht aber geil aus. So, in die Atombombe rein möchten wir noch eine Karte verpacken. Mit den PC-Games von der ganzen Formatreihe. Dann nehmen wir hier die erste Fallout. Die Serie, die 9.10.19 rausgekommen ist. Dann das zweite Fallout ist rausgekommen, die 9.10.19. Dann nehmen wir hier das Tactics, das ist 2.001 rausgekommen. Dann das Fallout 3, 2.001. Dann das New Vegas, das ist 2010. Und hier haben wir noch eine Hühle, die wir in den Fallout 4 machen können. Wo wir noch ein unboxing Video machen. Und hier haben wir noch ein ganz geiles Specials dazu. So, nehmen wir hier noch ein wenig Plastik weg. Dann stossen wir. Und dann drücken wir auf die Schmerzen. So, da wäre es schon wieder gewesen mit unserem Unboxing Video für das Fallout Summer Edition. Wir haben in 3 Wochen das neue Assassin's Creed rausgekommen. Dann machen wir auch noch ein unboxing Video dabei. Mit dem sexy Titel. Und ja, da wäre es schon wieder gewesen. Tschüss miteinander. Oder? 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 Oder?